In der Creative Cloud hat sich Adobe InDesign wieder mit einem Update zurückgemeldet und zwar im Februar. Was die meisten erwartet haben, ist eingetroffen, neu kann man auf die Creative Cloud Bibliotheken in InDesign benutzen. In diesem ersten Film werde ich zeigen, wie man eine bestehende Bibliothek nutzt und dann im zweiten, wie ich eine neue erstelle und was es da für Tipps und Tricks gibt. Die Creative Cloud Bibliothek hat nichts mit den Bibliotheken zu tun, die wir aus InDesign kennen, weil das Ganze ist übergreifend. Das heisst, die Creative Cloud Bibliotheken kann ich für Illustrator, für Photoshop und InDesign brauchen und auch für die Creative Apps wie Color und Brush zum Beispiel. Gut, wie sieht das jetzt aus, wenn Sie unter Fenster gehen, haben Sie den Eintrag CC Bibliotheken. Jetzt kann ich da eine Bibliothek auswählen und was schön gemacht ist, Sie sehen immer die ganze Bibliothek. Das heisst, diese habe ich jetzt im Illustrator erstellt, das heisst, es hat auch Pinsel drin. Diese Pinsel sind jetzt da ausgegraut, weil ich die im InDesign nicht brauchen kann. Also ich kann irgendein Objekt anwählen und mir dann da eine Farbe geben. Ich kann ein nächstes Objekt auswählen und wieder eine Farbe geben. Ich kann Schriften auswählen und diese mit diesen Schriftstilen markieren. Das geht wunderbar. Was einfach wichtig ist, diese Textstile, die wir da haben, das sind keine Absatzformate. Das sind keine Absatzformate. Und was nicht geht, sind Zeichenformate. Die kann ich nicht übernehmen. Alles andere geht aber auch. Ich kann auch eine Grafik hineinnehmen. Ich kann die platzieren. Ich kann die vergrössern und verkleinen, wie auch immer. Also das geht. Sie haben dann die Möglichkeit, diese Liste in zwei Ansichten zu sehen. In einer Listenansicht so oder in einer Symbolansicht. In der Listenansicht sehen Sie auch jetzt zum Beispiel, dass die Schrift, die Grösse und die Farbe übernommen wird. Das ist recht gut. Aber wie gesagt, Absatzformate, die gehen nicht. Gut, jetzt ist das mal der erste Schritt. Und im zweiten Schritt schauen wir dann an, was passiert, wenn wir jetzt eine neue Bibliothek machen, wie ich die Sachen aufnehme und was es noch für Tricks gibt.